Auf einen wunderbaren guten herzlichen Tag meine werten Freunde, was geht und willkommen zu diesem neuen Part von Mario Bros. Wanda. Wir freuen mich wieder aufzunehmen, denn ja, es ist wie immer ein schöner Tank und die Galoptero-Stampede, dort haben wir anscheinend einen Secret Exit, entweder das verpasst oder geholt und dann nicht mehr zurückgeholt, keine Ahnung, aber wie die macht es auch. Es geht hinein. Also wir brauchen nie Wunderblume. Bin wieder da, sehr schön. Oh, ich glaube, ich weiß, ich glaube, ich weiß, dass man machen muss. Let man muss all diese Dings antreten. Komm. Shit. Fuck. Ich komme mit Schatten mal damit. Aber mein Karton geht. Ist das okay, wenn ich ein Best of zu deinem LP mache, aber die dann schicken, dass du das bei dir hochladest? Äh. Kannst du schon? Also. Ich meine, sie will noch nicht anschauen, klar. Aber hier muss man noch das Funtum machen. Aus Obis Reasons. Bei diesem Secret Exit brauchst du ein Elefant. Okay. Gut. Deswegen ist, ich bin so scheiße in dem Level. Ich werde das schon nach 20.000 Mal machen müssen, aber... Na gut. Im ersten Level kriegst du den, glücklicherweise. Dementsprechend. Let's go. Nein. So. Vilkorn im Blumenkönigreich. Und los geht's. Ich bin mir den. Da haben wir es. Ich bin mir den. Ich bin mir die Zerbeen. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Boom! Da haben wir es! Sehr, sehr schön! Alles klar! Dementsprechend haben wir die. Wir können jetzt hier hin. Wenn ein bestimmter Level zu viele Schwierigkeiten hat, bereitet, leg eine Pause an, kümmere dich erst mal um ein anderes. Also soll ich das Thema auch machen? Ja gerne, sonst kann ich das schon machen. Aber einfach, so... Ja, cool, wenn du es machst. Oh! Oh mein Gott! Wie habe ich das geschafft? Oh! Krieg dich! Scheiße, ich bin so kurz und kurz zu sterben. Wink! 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 Ja! Hier! Wink! Wink! Easy! Machst du dazu ein Intro, Outro? Wenn du willst, kann ich. Super, dass du diesen Weg gefällt hast. Ich glaube, ich wirst hier mal lieber nichts. Easy! Und... Boom! 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 Ich glaube, ob sie gerne Part... Das war ja irgendwann vorhin. Ich glaube, ob sie gesagt, das sollen wir dann irgendwann noch machen. Aber schaut mal! Jetzt gibt es noch ein neues Level. ... Elastis... Elastis im Zwie DirektQuanz... ... ... ... ... ... Oh, da ist so ein... Okay, ich verstehe. Oh, das ist schon... So ein schöner musun... Wo sind so ein schon, verdammtậyfrei... Das ist ein interessantes Level, das ist ein interessantes Level, das muss ich sagen. Ach gut. Ich kann dir einfach 1,50 Min Aufnahmen über die Seite schicken. Wie meinst du? Achso, sonst kannst du dir einfach so einen YouTube Link machen, den wir senden und der hat das runter. So geht das natürlich auch. Das sind doch nicht so Wiesen. Schau mal, Ruben. Nitro. Wie meinst du? Wie meinst du Nitro? Ich hab's aber nicht gelistet. Ich hab's aber nicht so aufgelistet. Schuh, wie sie reden. Ja. Hey, du Idiot hast mir eine Wunderblume. Ich hab's nicht so gesehen. Was ist denn mit dir passiert? Ich hab's nicht aufgelistet. Ich versuche herauszufinden, wie ich... Ah, mit ZR. Ah, wenn ich gedrückt habe. Ah, ok, ich verstehe. Was ist denn mit dir passiert? Du hast mich gerade gefragt, ich habe dir keine Antwort. Du bist ja geschrumpft. Mit Drittruch kann ich viel länger, aber dann ja, das stimmt. Oh, 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 oh. Das sieht man auch nicht jeden Tag. Ne, du hast recht. Nächste Land, ok. Wait, ich habe jetzt gar keine Wundersamen. Wo waren die Wundersamen? Fuck, ich habe den Wundersamen verpasst. Ich habe den Wundersamen verpasst. Ich habe einfach eiskalt den Wundersamen verpasst. Oh, shit, man. So, ich hoffe, ich habe bisher alles richtig gemacht in der Aufnahme. Drückst du bis in den Elefantpfirm, dann drückst du bis zu schwingen, dass das Scherziger Mauerplacke, ja, das wissen wir. Was ist denn mit dir passiert? Ich nehme wieder Scheiße, ich nehme wieder Scheiße, die ich nicht erkenne. Wow! Hey, mega viel ja wirklich. Was ist denn mit dir passiert? Ist der gestopft? Ja, bin ich. Das sieht man auch nicht jeden Tag. Hey, wo ist denn der? Hier? Das sieht man auch nicht jeden Tag. Ah, schon mal der Name. Die Liebungszeitung ist jetzt definitiv der, der fand. Das war zuerst Curse und die ersten 10, 20. Wenn ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich würde das so, what? Danach? Falsch bin ich jetzt zu... Äh, entschuldige, ziemlich gutes Item. Definitiv mein Lieblings-Item. So, er lasst dies im Zivillicht mal. Mit Rolfs durch die Lüfte. Wir haben noch genug Zeit. Ja, ne? Ja, für mich. Bleibt ein Rolf in einem Loch stecken und hüpfen auf ihn drauf, um hoch in die Luft zu springen. Übrigens, das sind Rolfs. Was? Nein. Nein. Hm? Hier nimmt mich irgendwie... Kein Ahnung, nicht. Groovy aus Miklinaus. Kein Ahnung. Ist ein bisschen groovy, wisschen. Ach man. Jetzt nur noch die Spitze. Du hast die Spitze vergessen, Catbee. Welche Spitze? Ich bin überrascht, dass mein PC das aushält. Also dieses Game. Ich war schon überrascht, als er Mario Odyssey ausgelt hat, aber dieses Game hat, glaube ich, ein bisschen mehr Giga als Odyssey. Ich weiß nicht, welche Spitze. So, wie läuft's jetzt mal bitte? Nevermind. Ich weiß nicht, was ich hier am Rollen. Ich weiß nicht, was ich hier am Rollen. Ich habe die vorhin schon, ich hatte die schon im Versuch. Rollen 2, ich würde sagen. Ich weiß nicht, was ich hier am Rollen kann, was ich hier am Rollen kann. Ich weiß nicht, was ich hier am Rollen kann. Ich weiß nicht, was ich hier am Rollen kann. Oh! Komm, weiter dies. Ja, ne? Hier ist ein Elefant, Nathan. So, mach. Ich finde es geil, dass es so viel zusammen gibt. Ja, vor allem so für ein... Ich meine, es ist ja nur ein Landfilmszeichen, wie Mario... Mario spielt. 2D Mario, das ist... Oh mein! Oh mein! Das ist wie dieses... Wie heißt es? Ballon-Item aus Mario 64? DS? Und der Pi-Ballon aus... Ja, im Spiel ist es schon wieder... Mario World? Ja, ne? Oh, WTF? Diese anderen LSD-Trips. Ja, mir geht's noch so. Also, wenn jetzt etwas in den Chat geschrieben wird, kann ich es von dessen Willen nicht anschauen. Oh, es ist eher... Wer ist eher besser gesagt? Dort ist sie. Tschüssi! Tschüss! Ich falle! Hier auch, stell dir vor! Wunderschön! 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 Hallo, Poi-Boi! Don't! Oh mein Gott! Digga, wer so ausgerastet, wenn sie jetzt in die Zielfahne geflogen wird. Sie sieht so aus wie bei einem neuen Blühenkern, ich sag's euch. Also dann holen wir uns hier kurz die Zielfahne, weil ich glaube wir haben das wirklich nicht gewählt. Die haben sie tatsächlich nicht. Na dann kurz Zielfahne holen und dann let's go. Elastisch im Zwielichtwald. Sehr gut, wie gesagt. Wir sind nur im Zone, aber wir kommen gleich noch als Elefanten-Item. So, dann back go. Und hab schon wieder verloren. Die Läge sind real. Ich lag die Stream. Wenn ja, dann tut's mir leid. Dann ladet irgendjemand, der durchs in meinem Haus runter und wir fern nichts dafür. Weil das Game lag von mir näher. Ich denke, ich wird auch selbst auf dich schwimmen müssen. das sieht man auch nicht jeden tag das sieht man auch nicht jeden tag hä ist wieder ein exzellent aber jetzt ein Laptop mit Absprung das ist so geil nur kurz auf kurz auf was ja aber Laptop ist eigentlich mein gut ist jetzt nur meine Neugier aber ein Gaming Laptop oder ein normaler Laptop weißt du im normalen Sinne von ja einfach so ganz normal oder wirklich so für das Gaming den habe ich jetzt schon nicht gesehen und auf dem Chat geguckt ab ist das mich auch gefreut normaler ok ich glaube es ist nicht verwunderungswert dass ich einen Hauer der ja für Gaming gemacht ist aber ich glaube das läuft man das sieht man auch nicht jeden Tag ich komme nicht nach oben jetzt habe ich viel mehr möglicher in die Studio ja also ich will nicht sagen aber dass wir auch auf dem Handy gefangen du kannst einfach auf studio.youtube.com gehen und ja das ist das ist es allerdings Freunde ich würde sagen wir holen uns die Zielflagge im nächsten Part weil ich war einfach zu dumm und gerade irgendwie geht das nicht aber nichtsdestotrotz wir machen uns im nächsten Part ja dementsprechend lasst mir gerne ein Like da lasst mir gerne ein Abo da drückt die Glocke schreibt einen Kommentar und bis zum nächsten Mal und bis dahin und ciao ciao Aya Kamikendo